Mann, 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 meine ganzen Ausweise wurden geklaut. Was kann ich nur machen? Wer kann mir helfen? Hey! Was? Wer bist du? Ich bin ein Effekt aus meinem Videoprogramm. Ich weiß, wo mein Ausweis ist? Ja, ich weiß, wo dein Ausweis ist. Erinnerst du dich letztens, als du gekocht hast und du hast vergessen, dein Geschirr zu waschen? Deine Mutter hat deine OOK-Karte gefunden. Nein, doch! Und als du im Wohnzimmer warst und das Kissen auf den Boden gefallen ist und du hast es nicht aufgehoben, dein Bruder hat deine Bankkarte gefunden. Nein, doch! Und als du dich bei der Aldi an der Kasse vorgedeimt hast? Ja, man hat deinen Ausweis gefunden. Nein, doch! Und was soll ich jetzt tun? Du musst erschossen werden. Nein, doch! Natürlich war es Schauspiel und Spaß und ich wollte euch einfach nur unterhalten und euch dieses Beispiel prägen und euch sagen, folgt den Medien nicht und hilft uns, teilt das Video, verbreitet dieses Videos und abonniert den Kanal. Und ich verabschiede mich jetzt, also macht's gut. Und ich conservative, Ed.